Hey, schön euch zu sehen! Ich bin Maxi und möchte euch gerne etwas zum Thema Heterogenität im Schulsport zeigen. Kommt mal mit! Und zwar geht es um die Frage, wie ich erziele, dass alle im Sportunterricht und in Ganztagsangeboten Erfolgserlebnisse erleben können. Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt! In diesem Video gehe ich auf die theoretischen Grundlagen zu Heterogenität und Differenzierung ein. In einem zweiten Video werde ich euch exemplarisch Beispiele zur Differenzierung zeigen. Steigen wir in diesem Video mit den theoretischen Grundlagen ein. Heterogenität bezieht sich auf verschiedene Vielfaltsdimensionen, zum Beispiel auf Leistung, Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, sonderpädagogischer Förderbedarf, sozialer Status und im Sport auch auf den Bewegungsstatus. Im Rahmen einer Pädagogik der Anerkennung und einer Pädagogik der Vielfalt geht es im Kern darum, einen anerkennenden und wertschätzenden Umgang mit Heterogenität zu pflegen. Aus dieser Perspektive steht im Schulsport nicht nur die Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur, sondern ebenso die Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport im Fokus. Dafür ist es wichtig, auf der Ebene der Haltung Heterogenität nicht als Defizit, sondern als Bereicherung zu betrachten. Ist dies nicht der Fall, laufen heranwachsende Gefahr, Missachtung und Ausgrenzung zu erleben. Im Extremfall kann dies sogar zu einer massiven Demütigung führen. Ist eine entsprechende Haltung vorhanden, sind auf einer methodischen Ebene Differenzierungsmaßnahmen hilfreich. Differenzierung umfasst nach einer gängigen Definition von Klaffke und Stöcker alle organisatorischen und methodischen Bemühungen, die darauf abzielen, den individuellen Begabungen, Fähigkeiten, Neigungen und Interessen einzelner Schülerinnen oder Schülergruppen innerhalb einer Schule oder Klasse gerecht zu werden. Die Umsetzung von Differenzierungsmaßnahmen wird folglich in eine äußere Differenzierung als organisatorische Lösung und in eine innere Differenzierung, worunter die Binnendifferenzierung zu verstehen ist, als methodische Lösung unterschieden. Die äußere Differenzierung als organisatorische Lösung teilt Lerngruppen nach der Qualität der Lernvoraussetzungen und Lernvermögen ein, sodass möglichst homogene Lerngruppen entstehen. Dabei ist es bedeutsam, dass diese eine organisatorische Trennung erfahren und keine Zusammenführung angestrebt wird. In der Schule findet dieses Prinzip zum Beispiel im gegliederten Schulsystem und in Jahrgangsklassen seinen Niederschlag. An einigen Schulen wird die Co-Edukation im Sportunterricht zudem für einige Jahrgänge, meist in der Phase der Pubertät, zugunsten einer geschlechtsspezifischen Erziehung aufgehoben. Damit wird also eine äußere Differenzierung nach dem Geschlecht vorgenommen. Die Organisation der äußeren Differenzierung in Ganztagsangeboten sollte sich nach dem Entwicklungsstand der Heranwachsenden und ihren Interessen richten. Zusätzlich können zum Beispiel spezifische Ganztagsangebote zur Förderung verschiedener Schülerinnen und Schülergruppen arrangiert werden. Denkbar ist eine Psychomotorik-AG oder spezielle Ganztagsangebote nur für Jungen bzw. Mädchen. Zum Beispiel eine Mädchen-Fußball-AG oder eine Jungen-Tanz-AG. Insgesamt ist zur äußeren Differenzierung anzumerken, dass sie gewisse Vorteile mit sich bringt. Dennoch bleibt bei jedem Versuch einer Homogenisierung der Gruppen stets eine gewisse Heterogenität bestehen. Aus diesem Grund ist vor allem die innere Differenzierung als methodische Lösung ein entscheidendes Kriterium für erfolgreiches Handeln im Schulsport und natürlich auch allgemeinem Sport. Maßnahmen der inneren Differenzierung, auch Binnendifferenzierung genannt, sind also in jeder Lern-Lern-Situation unerlässlich und beziehen sich auf die verbliehene Heterogenität nach der äußeren Differenzierung. Sie lassen die Lerngruppe als Ganzes bestehen und versuchen durch entsprechende methodische Maßnahmen der Individualität der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. Es geht darum, möglichst für jede Schülerin und jeden Schüler die optimale Passung zwischen Lernvoraussetzung und Lernanforderungen herzustellen. Zur individuellen Förderung der Heranwachsenden durch Binnendifferenzierung bieten sich verschiedene Optionen an. Mehr dazu im zweiten Video. Hier will ich lediglich auf die theoretischen Grundlagen zur Bewegungsaufgabe eingehen. Bewegungsaufgaben können als Königsweg bezeichnet werden, wenn es um Differenzierung geht. Die Bewegungsaufgabe nach Nils Neuber dient im Schulsport als Aufforderung an die Kinder und Jugendlichen, ein bestimmtes Bewegungsproblem eigentätig zu lösen und gibt einen konkreten Handlungsspielraum vor, der grundsätzlich mehrere Aufgabenlösungen zulässt. Dabei ist eine Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten ausdrücklich erwünscht. Jede Lösung gilt als richtig, sofern die in der Aufgabe formulierten Mindestanforderungen erfüllt werden. Anders ausgedrückt geht es bei einer Pädagogik der Vielfalt durch Bewegungsaufgaben um die Frage, Dies zu erreichen ist wichtig, um eine Unter- bzw. Überforderung von Lernenden zu vermeiden. Denn wiederholte Unter- bzw. Überforderungen führen zu einer geringen Effektivität und Produktivität. Eine Unterforderung führt zu Inaktivität und Langeweile. Eine Überforderung kann zu Konzentrationsmangel, Stress und sogar Angst führen. Je mehr Lernende sich in diesen zwei Extrembereichen bewegen, desto weniger Leistung wird von ihnen zu erwarten sein. Vielmehr können die gestellten Aufgaben eher Motivationsverlust, Frustration bis hin zu Aggression hervorrufen. Eine optimale Leistungsfähigkeit kann am ehesten erreicht werden, wenn die Aufgabe so gestellt ist, dass sie mit den individuellen Voraussetzungen und der Anstrengungsbereitschaft gerade so erfüllt werden. Die optimale Aufgabenschwierigkeit liegt also genau in der Mitte, denn hier besteht eine Balance zwischen Entspannung und Anspannung. In der Konsequenz kann Motivation und Konzentration erzeugt werden. Im Schulsport wird in Lerngruppen agiert, weshalb zusätzlich zu den individuellen Voraussetzungen des Einzelnen die Gruppe als Ganzes berücksichtigt werden muss. Vor diesem Hintergrund kann eine optimale Passung zwischen der Aufgabenschwierigkeit einerseits und dem Fähigkeits- bzw. Fertigkeitsniveau der Heranwachsenden andererseits und damit eine optimale Lernleistung dann erreicht werden, wenn Bewegungsaufgaben also so gestellt und individuell variiert werden, dass alle Teilnehmenden sich durch individuell angemessene Herausforderungen angesprochen fühlen, bei aller Offenheit ein eindeutiger Aufgabenrahmen besteht, innerhalb dessen die Schülerinnen und Schüler agieren können, Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln und damit Misserfolgserlebnisse vermeiden können und in die Gesamtgruppe integriert werden. Die innere Differenzierung im Allgemeinen und die Bewegungsaufgaben im Speziellen sind somit ein Mittel im Umgang mit heterogenen Gruppen, die zwei wesentliche Ziele verfolgen. Zum einen die individuelle Förderung des Einzelnen und zum anderen die soziale Integration in die Gruppe. Im Schulsport kann eine Pädagogik der Vielfalt also nur unter Berücksichtigung der gesamten Lerngruppe gewährt werden. Das heißt, Lehrende sind beim Umgang mit Vielfalt vor die Herausforderung gestellt, das Spannungsfeld zwischen Vielfalt und Einheit produktiv zu bewältigen. Vielfalt ist im schulischen Rahmen somit stets auf den Aspekt Gleichheit zu beziehen. Als Merksatz zur Binnendifferenzierung gilt daher, so viel Gleichheit wie nötig, so viel Differenzierung wie möglich. Für den Schulsport bedeutet dies, dass eine Einheit innerhalb der Vielfalt der Lernenden zu gewährleisten ist. Die Gleichheit kann durch einen gemeinsamen thematischen Rahmen hergestellt werden. Innerhalb dessen sind Bedingungen zu ermöglichen, die eigene und von anderen differente Bewegungslösungen zulassen und zum Ausdruck bringen. Um diese Bedingungen zu ermöglichen, existieren neben der Bewegungsaufgabe weitere verschiedene Maßnahmen zur inneren Differenzierung, auf die wir im zweiten Video eingehen werden.